Yo, Tino hier. Heute wollen wir es mal auf Dorsch probieren, meine geheime Leidenschaft. Oft habe ich es noch nicht gemacht, vor allem nicht vom Kleinboot, aber mal sehen was der Tag bringt. Das ist schön. Ey, da zappen wir nicht. Hä? Quatsch! Ein bisschen verkacken Kumpel. Ein Wurf, ein Biss, ey. Ein Wurf, ein Biss. Ich hab's auch nicht mal ausgepackt, ob ich den eigentlich wüsste, ich wär ein Feder. Der zählt nicht. So. Warte mal, brauchen wir da einen Techer, oder? Ich fühl's nicht. Mach langsam einfach. Danke. Kann man hier so schneiden, ist genug? Ich krieg's da weiß, warte mal. Oh, verdammt. Noch ein Moment. Das war so, wenn wir uns das nächste Mal hinwürzen. Mal hinwürzen. Wie. Ach. Wie. Ich konnte es hinterlassen. Das letzte Mal, wo wir das mit den Torschen gemacht haben. Das hat mich nicht mehr so gut gemacht. Wir sehen uns im Garten. Genau. Das ist doch schön! Das ist richtig. Das ist ein Ausgabe. 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 Ich sehe jetzt schon drei Fische ab, da fehlen ja nur noch zwei zu den fünften, die ich Ich bin nicht mehr, aber ich bin nicht mehr Das Scheißdinge habe ich noch nie was gemacht, aber jetzt wo er verrostet und alt ist. Ich habe ja noch nicht frisch anpassen. Der muss jetzt auch schon mal hinten gehackt haben oder so. Der Tappel wie wild. Was ist das denn? Oh, noch so viel. Krass. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das sind die hier noch viel größer. Oder? Cool. Ich habe ja viel. Oh, guck mal. Hier ist das Ding abgetaucht. Guck mal. Hinti suchen muss ich ja auch einfach haben. Ah, du hast kurz geträumt. Du hast kurz was anderes gemacht. Das war das Problem. Hä? Ran oder nicht? Scheiße. Und das war ein schöner. Was für ein Bär. Richtig schöner Köln. Ah, mit der Kamera. Ein bisschen. Was für ein Ding. Guck dir die Kalle an. Die Truhe ist voll. Gut, dass es. Gut, dass es. Gut, dass es. genug Einführenmöglichkeiten. Nicht gelöscht hat. Sechs. Noch. Ich hab mal. Wie war dieses eklige Sand, Alter. Das sieht ja widerlich aus. Das sieht ja widerlich aus. Da muss er hier draufstehen. Oh hier vor allem was für ein Schwarm. Warte mal. Warte mal zurück. Warte mal, das fick ich mal. Oh. 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 Doppeldrill. Oh. Was ist denn das? Oh. Doppeldrill. Oh. Was ist denn das? Oh. Was ist denn das für eine Klamotte? Was ist denn das für eine Sache? Oh. Was ist denn das? Oh. Warte mal. Oh. 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 Ich habe hier gerade einen Schwarm gesehen. Scheiße. Oh. 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 Welts! Welts, was wirst du hier? Ich mach das damit. Lass ihn einfach ließen. Scheiße, was machen wir denn damit? Da brauchen wir da hin. Aber das ist jetzt auch so ein Teufel, sonst hättest du schon oben. Wie viel haben wir jetzt? Achter! Wenn ihr noch hin willst, dann können wir hinbekommen. Ist das auch noch fliegen, oder? Du kriegst schon den Fehler als Traktor. Ja, das ist noch ein Regen. Ich bin nicht zu groß, oder? Ich hab nur durch meinen Kappen nicht genommen, weiß ich doch nicht. Guck mal Wie viel Lukas? Kissen. Boah! Unglaublich! Unglaublich! So, jetzt haben wir noch eine Truhe, die sich jetzt rankehren. Hahaha, ihr kennt das doch. Guck dir, das war einfach so toll zum Möbel. Ihr habt doch keine Ahnung von Hechten, aber das ist doch noch mal. All das Ding ist, wir brauchen gar keine Tüte mehr, um die abzudecken. Es kommen so viele Pische nachher. Hier sind Berge. Guck dir das mal! Warte, wir fallen jetzt raus. Was machen wir denn jetzt damit? Wir haben ja noch nicht so viele Fische gepackt, dass wir nicht behageln dürfen. Geht noch eine, dann machst du das, ne? Ist ja schon klar, ne? Okay, ja. Geht noch eine? Okay. Wie viele Fische brauchen wir noch? Gibt's das? Nein, das ist so, das kommt eigentlich nicht halt. Ich muss mal eine Kamera einhalten. Hier, Kamera, guck mal! Und wie sieht die das? Das ist ja krass. Also die sind auch richtig groß. Also müssen wir wohl mal messen. Und so. Und du? Ja, das ist so perfekt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich weiß, was nehmen wir. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Na, dann ist da ein Biertrinker. Das kann ich, ne? Ich weiß nicht, das ist so. Das ist so. Ja. Geh mal her. Mal ein Minute, komm mal. Scheiße. So, jetzt guck mal, ey, das ist doch schön. Du dachtest, was ich baue, ey. Dieter Eisele, ich habe auf diesen Scheiß-Kältern noch nie was gefangen. Heute macht er einen Sack zu, ey. Das gibt's gar nicht. Ich hätte immer gesagt, das ist der letzte Köder, die den Strand machen, oder? Boah, was für eine Bombe, ey. Boah, ja, toll, ja, stimmt. Jetzt kommt der, der Wiesbohle, der Kescher. Nee, nee, nee. Warte, ich mach das hier. Ich mach das mal. Ja, das ist etwas. Genau. Oh, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Oh, das ist einfach. Oh, das ist einfach. Ich weiß nicht, ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020